Ich bin Peter Herring, Band-Linger vom Blue Light Orchester und ich zeige euch heute mal, wie ich so arbeite und komponiere. Ihr habt ja schon viele Titel von mir gehört und auch gesehen und ihr habt nie gesehen, wie ich das hier am Klavier so mache. Und heute will ich euch mal zeigen, wie diese Titel so zustande kommen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Schauen des Videos. Es gibt im Grunde keine schlechte und gute Musik. Auf dieser Welt wird es immer jemanden geben, der deine Emotionen als Komponist teilt. Für mich gibt es nur schlecht arrangierte und produzierte Titel. Wenn mir Melodien einfallen, zum Beispiel beim Fahrradfahren oder Spazierengehen, versuche ich diese im Kopf zu behalten und fahre dann schnell nach Hause, um diese Melodie auf Papier festzuhalten. Besser ist natürlich, immer einen Büchlein mitzuführen, um die Idee sofort niederzuschreiben. Einfälle sind Klangeindrücke aus der Vergangenheit, die ich erfahren habe, um sie wieder neu zu kombinieren. Die meisten meiner Einfälle passieren immer dann, wenn ich am wenigsten damit rechne. So wie jetzt. Setze ich mich dann ans Klavier und arbeite die Melodie Stück für Stück weiter aus. Mit dem Ausprobieren und meinem wilden Gekritzel entwickelt sich die Melodie zusammen mit der Harmonie zu einem vollwertigen Stück. Ich hoffe, ihr habt sehr viel Spaß gehabt in meinem Video und würde mich jetzt über Meinungen und ähnliche Kommentare sehr, sehr freuen. Und irgendwo hier müsste der Button eingeblendet werden, wo ihr zum Lied Teig for Reflection kommt. Stopp. Stopp. Stopp.